Dödorf, Deutsche Presseagentur-LNW, minus die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb eines Tages zurückgegangen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts I, am Donnerstag klagt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 1.314 7 nach 1.358 5 am Mittwoch. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 1.625 1 deutlich höher angegeben als in Nordrhein-Westfalen.Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter im bevölkerungsreichsten Bundesland 47.969 neue Infektionen und 48 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Unterschiede im Land sind derzeit groß, die höchste Inzidenz verzeichneten am Donnerstag weiter die Kreise Minden-Lübeck mit 2.673 5 und Kösfeld, 2.252 3. Am besten sah es im Kreis Mettmann mit einem Wert 304 und im Enneperu-Kreis, 633 5, aus Punkt die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz ging ebenfalls zurück von 7.26, Mittwoch, auf 7.03 am Donnerstag. Die Kenziefer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen lag bei 88% Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur www.22033197398083